Willkommen zu Yuris Reservants. Hier eine eigenständige Yuri Kampagne. Selbst Mission 1, die kann schon richtig knackig werden, müssen wir auf unseren Ingenieur hier aufpassen. Hier kommen von allen Seiten Feinde angelaufen, ganz schlimm sind die die Hunde. Deswegen müsst ihr den Ingenieur immer in der Nähe von euren Leuten lassen. Egal ob der rückwärtige Raum gesichert ist, die kommen immer wieder nach. Zum Anfang gibt es auch schon eine Schwierigkeitsfall hier oben drauf. Steht ein Flagtrooper. Die könnt ihr nicht erreichen, seid ihr irgendwie doof? Weg ist er. Ist auch weg. Hammer rein. Zack, 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 zack. Kommen wir hier ganz schnell rein. Rein dann. Das ist mal hier. Hier kommt man hier rein. Kommt mal mit. Wie der Heli nicht abheben kann. Danke. Na, Push doch erstmal. Kommt mal her. Jetzt auf einmal kommt keiner Leider haben die LKWs keine Kiste an Bord Kommen wir mal mit Einer hat verloren, ist aber nicht schlimm Schlimmer wäre er hier Gut, kommt mal mit Ja, da ist er Ja, da ist er Perfekt So, kommt mal hier vorne hin Ich kann euch nur empfehlen, wie die Einer hat einen Purschiff Wollt, macht die Flughafte hier kaputt So, hier können wir noch eine Kiste bekommen Ja, aber wir müssen was kaputt machen Also es ist nicht das Hauptziel Die ganzen Bullets zu zerstören Zack, Kiste Bei den Kisten müsst ihr auch aufpassen Nicht jede Kiste beinhaltet irgendwas Tolles Ihr könnt ja auch mal Pech haben, dass die ganze Karte auf einmal wieder so wird, wie zu anfangen Ich habe das Gefühl die ganze Karte aufgedeckt Da kommt eine Kiste Ja, und die versorgt euch mal die ganze Tour Jetzt müssen wir die Testerspule umlaufen Hier oben kommen wir erst später hin Komm mal ab Immer so stückweise vorgehen Wir sind auch Ivans Ich habe den gar nicht gesehen Oh mein Gott Jetzt nur hier drauf fokussiert Auch hier müsst ihr aufpassen, nicht zu weit an den Rand gehen Hier ist viel zu lernen So hier oben drauf ist auch eine Gatlan Immer noch ein bisschen nach vorne Na, immer ein bisschen nach vorne Ist es ein Problem? Kann ich helfen? Ich bin aber ein Student Schau! Keine Gute Meine Gute sind dir Es gibt viel mehr Aufmerksamkeit Fokussiert 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 Das ist mit dir Wir müssen ein bisschen ankommen Ah, da ist noch einer Näh, die macht uns im Bunker Oh, er kommt dran Das ist natürlich sehr gut, wenn er dran kommt Näh, die haben keine Chance so übertrieben wie die sind auf stufe 3 so viel von kaputt noch rein so brauchen wir aber zunah dürft ihr auch nicht dran stehen hab das schon mal hinbekommen war mein super glück hab ich alles kaputt gemacht hier kommt es mal mit so ein bisschen aufpassen mal von oben kommt immer verstärkung wäre das ganz wichtig so nimmst nach und nach die ganzen radar station ein hier ist nämlich kraftwerk sektion noch mal ein kraftwerk das kann man auch mal direkt mit ja die kiste lass ich jetzt mal aus also ich will jetzt nicht jede kiste einsammeln warum gehe ich da hoch ich bin auch blöd das kannst du dir nicht ausdenken das ist neu dass sie besetzt sind ich verstehe das macht die KI auch nicht immer normal bleiben die heute hier frei das ist natürlich ach so bestimmt der hund zack zack die k peanuts ja kommt mal ruhig an leute ja kommt mal ruhig an leute die vier auch noch alle weg drei stück nehmen wir mal mit also hier zerstört kraftwerk für kraftwerk hier seht ihr es kommt mal raus ja das war schweig Einfach nur selber schuld. Noch sechs Stück. Komm mal. Es könnte eine Bombe sein. Könnte. So, jetzt müssen wir einen Wegpunkt setzen, bevor die wieder so laufen. Dann haben wir hier durch. Dann noch da oben durch. So ist gefühlt die KI. Da haben wir zwei Grafike dann. Ja komm, macht's kaputt. Vorher keine Ruhe findet hier. Boah, das war knapp. Huch. Komm, wir haben wir mal ein bisschen, damit er sich pushen kann. Noch ne Kiste. Ne, auf Kiste hieß gar keinen Bock. Okay, hier ist abgesperrt. Dann können wir dann hier durch. War schon mal gut. Servicedepot brauchen wir nicht. Das ist jetzt eine scheiße Stelle hier. Ja, das haben die sonst nie gemacht. Das war andere, weil ich durch die Mauer komme. Da. Da. Unit ready. Das ist wie sie schon wieder hier oben langlaufen. Perfekt. Unit ready. Zeigt mir, dass wir es ein bisschen anders vorgestellt. Training. Yes, Comrade. Rubber Schoes in motion. Unit ready. Na ja, kannst du nicht alles haben hier. Going to source. Unit ready. Going to source. Electrician in the field. Unit ready. Commencing shock. Ich mach mal so einen Platz hier. Unit ready. Unit 1. Unit ready. Ich hasse den Ding. Unit 1. Unit ready. Commencing shock. Na, alles gut, komm. Unit 1. Dass die über die Sandsecke nicht schießen können. Das würde ich nicht gerne. Ach, Leute, hier können wir nirgendwo drüber schießen, ne? Das ist so lächerlich. Oh, ganz glücklich. Gut. Charging up. Unit coming out. Und da oben weiter. Und da oben weiter. Die Basis hat's. Drei. Ich sag mal Superkraftwerke. Comrade. Is there a problem? I will investigate. I will investigate. Kommen sie mal mit? Going to source. Electrician in the field. Select target. So, hier oben ist auch noch ein Geschütz. Technician on duty. Needs a paint job. Jetzt wisst ihr auch, warum wir drei Kraftwerke brauchen. Dreimal Radar. Hm. Ja, ihr seht's ja. Müssen wir auch gucken, was wir hier aufschalten. Building. Zack. Training. Checking connection. Moving out. Unit ready. Yes, Comrade. Electrician in the field. Unit ready. Kommen sie mal mit. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Moving out. Ja, die Wachbos müssen uns mal weglaufen. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Electrician in the field. Moving out. Moving out. Unit ready. Completely ready. Oh, natürlich. Hat dron nicht erwischt. Unit ready. So lächerlich. Unit forward. Yes, Comrade. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Komm, folgt dem Button. Selbstmörder. So, haben wir auch. Haben wir noch einen Ingenieur. Oh, der hat Strom. Kann man ganz easy abknoppen. Unit ready. Look, no hands. Unit ready. Kostbar. Superkraftwerke. Yes, Comrade. Oh, he has taught us well. Focusing energy. So, Strom ist weg. Ja, Tesla Spur ist aber echt, das ist echt sehr knapp. Der Teele kommt mit. Braucht er noch einen Ingenieur, der muss hier nämlich rein. Wieso hat der Affen auf Strom? Unit ready. Unit ready. Ach, das ist ein Tesla Trupper. Ach, das kannst du dir da nicht ausdenken. Oh, ist das anstrengend wieder. Wollen wir es mal einziehen? I'm training. Electrode ready. My truck are unit ready. Kommen sie mal mit. Primary objective. Electration is a beat. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Dreck Sammler. Unit ready. Electrician. Unit lost. Unit promoted. Unit lost. Gut, dass der Ingenieur kein Primärzimmer ist. Deswegen hasse ich diese Sammler. Electrician in the field. Oh wei, wir müssen doch einen Rush von unten machen. Wir müssen doch von unten rein und dann auf die Tesla Spur drauf. Surging forward. Going to source. Ach, ich kann doch nachher... Checking Connection. Unit lost. Unit lost. Wow. Charging up. Charging up. Surging forward. Und eine Mülltonne. Going to source. Training. Electrician in the field. Unit ready. Going to source. Unit lost. Commenting short. Unit lost. Zählt ihr das mal nicht? Die Küsten, das ist nicht immer gut. Commenting short. Charging up. Checking Connection. Surging forward. Yes, Comrade. Kommen wir mal mit. Charging up. Robbershoes in motion. Checking Connection. Ich hole sich jetzt die Information da raus. Dann müssen wir auf die Höhe gehen. Solange. Das wäre hier gewesen. Nein, auf gar keinen Fall. Ich werde investigieren. Ich werde investigieren. Repairman auf dem Weg. Laufs laufen, 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 Leute. Kann ich helfen? Nochmal auf 2. Ich mache ihn auf 1. Ich verstehe. Entleicht mich. Schau. Keine Hand. Cleansing flame. Ist es ein Problem? Kann ich helfen? Entleicht mich. Wie kann ich es sehen? Repairman auf dem Weg. Entleicht mich. Tertiäre Objektive erreicht. Mission erreicht. Ach ja, absolut. Hat ein bisschen gedauert. Naja. Erste Mission, die ist so nahe. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, wie die KI so reagiert und am Arbeiten ist. Aber alles möglich. Ja, ich würde sagen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und bis dann.